Herzlich willkommen zu einer neuen astrologischen Analyse und heute geht es um die Mondfinsternis am 8. November 2022. Nach der Sonnenfinsternis vom 25. Oktober kommt die zweite Finsternis jetzt, wo sich Sonne und Mond gegenüberstehen, in der Opposition sind und die findet in den Zeichen Skorpion und Stier statt. Die Sonne steht im Skorpion und der Mond steht im Stier. Und wenn wir uns diese Achse mal betrachten, das ist so diese Besitzachse, da geht es auf der einen Seite beim Stier um das Materielle, um den Körper, um das, was ich habe, was ich konkret habe. Mein Haus, meine Finanzen, mein Sparbuch, mein Revier und das steht dem Skorpion gegenüber. Das sind meine Ideen, meine Vorstellungen, das, was noch nicht da ist, das, was ich möchte, das Gestalt wird. Also es steht das Erde dem Wasserzeichen Skorpion gegenüber und Skorpion ist ja fixes Wasser, also das ist eine Starre, ein Festhalten auch an dem, was sein soll. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, die Sonne steht ja im Skorpion. Was kann das bedeuten? Also Skorpionsonne, es geht um Wandel, um Stirb und Werde und um Transformation. Die Ideen, die nicht sein sollen, sollen sterben, sollen sich wandeln. Und das ist also jetzt aktiv mit der Sonne bestrahlt, eine Zeit des Wandels und der Transformation. Also alles, an dem du festhältst, mental festhältst, soll sich eigentlich wandeln. Und das steht zu einem Spannungsaspekt, zum Mond im Stier. Und was will der Mond im Stier? Der Mond im Stier fühlt sich wohl in dem, was ist, da soll sich nichts ändern, das ist mein Heim, da bin ich zufrieden, das sind meine Finanzen, so soll alles bewahrt werden. Und wir sehen schon, alleine diese Punkte bieten schon ein großes Reibungspotenzial zwischen dem, wie du dich in dir fühlst, sicher fühlst, wo ist dein Sicherheitsgefühl und dem, was eigentlich jetzt gelebt wird, das, was gestalt wird. Das heißt, du siehst rund um dich herum Veränderung, Wandel, Stirb und Werde. Und trotzdem seelisch hängen viele noch an diesen alten Strukturen fest und sagen, das Normale soll wieder sein, so wie es früher war. Und wir merken aber eigentlich jetzt immer mehr, das wird nicht mehr so werden, wie es einmal war. Veränderungen stehen an, Veränderungen werden gelebt und diese Veränderungen sind nicht aufhaltbar. Das heißt, wenn du seelisch sehr stark in der Materie verwurzelt bist, wird der Leidensdruck da noch steigen und du wirst mit immer mehr Ängsten und Zweifeln konfrontiert werden, weil du außen einfach siehst, was alles wegbricht, auf das du dich vielleicht verlassen hast oder wo du denkst, ja, das wäre eigentlich eine gute Investition oder eine gute Sicherheit. Also da wird es ganz schwierig sein, in so einer Zeit etwas zu finden. Das ist mal Sonne und Mond. Aber wir haben noch viele weitere spannende Konstellationen, Konjunktionen in diesem Horoskop. Und zwar haben wir die Sonne in Konjunktion zu Merkur da oben. Das bedeutet ja einfach nur, dass man tätig werden kann, persönliche Vorhaben werden begünstigt. Aber, und da kommt jetzt gleich das große Aber rein, wir haben auf Merkur auch ein Quadrat zu Saturn und das bedeutet einfach, na, das wird ausgebremst. Also vielleicht hast du Ideen, etwas Neues zu tun, etwas Neues umzusetzen, aber mit diesem Saturn im Wassermann ist die Zeit einfach nicht da, etwas wirklich umzusetzen. Und das ist eine Blockade. Also Quadrat ist ja immer so ein bisschen ein Frustrationsaspekt zu diesem Merkur hin. Und deshalb kann es sein, dass da neue Vorhaben feststecken, beziehungsweise dass man nicht wirklich Dinge so umsetzen kann, wie man sich das gerne wünscht, wie man sich das gerne vorstellt. Und dieses Saturn-Quadrat gilt natürlich auch für die Sonne. Das heißt auch, die Lebensenergie ist gedämpfter, ist eingeschränkter. Also es kann sein, dass man mit Müdigkeit zu tun bekommt, dass man auch spürt, man wird irgendwo blockiert oder man fühlt sich irgendwie blockiert. Man kann nicht so, wie man möchte. Dazu, zu dieser feststeckenden Energie, kommt noch von der Sonne eine Opposition zum Uranus. Der steht unten. Wir kennen Uranus im Stier, haben wir schon oft gehört hier. Und das bedeutet einfach, da ist ein gewisser Stress, da ist Hektik, da wird man womöglich mit Stress konfrontiert, was einen selber auch aus der Ruhe bringt. Also da ist einfach so eine Nervosität, so eine Unruhe auch drinnen in diesem Horoskop. Also nicht nur eine emotionale Unruhe, sondern auch eine Unruhe im Tun, ein Hudeln. Und da bitte ganz bewusst sein, nicht zu sehr, zu viel auf einmal zu tun oder zu sehr herumzustressen in dieser Zeit. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Die Konjunktion des Merkur zur Sonne heißt natürlich, der Mond hat eine Opposition zum Merkur. Und das kann bedeuten, dass wir gewisse Auseinandersetzungen haben, kommunikative Auseinandersetzungen mit dem Mond, auch natürlich im Bereich der Familie, im eigenen Heim. Also da bitte besonders auf Harmonie achten, nicht auf Konfrontation, auf Streitkurs gehen. Da haben wir gerade eine Anspannung dann zu dieser Mondfinsternis, zu diesem Zyklus. Und wir haben auch eine Opposition zur Venus. Also der Mond hat auch die Opposition zur Venus. Und auch das drückt ein bisschen so Konflikte aus, ein bisschen Konflikte in der Partnerschaft, wieder in der Familie. Und da fühlt man sich vielleicht auch nicht ganz so wohl in seinem Körper, in der eigenen Haut. Umgedreht wieder die Sonne, Konjunktion Venus. Das wäre ja was, wo man sagt, okay, ich habe Lust auf etwas Neues. Ich habe vielleicht gewisse erotische Energien, die ich spüre. Ich habe Lust, da wieder etwas Schönes mit dem Partner zu erleben, was natürlich dann auch wieder mit diesem Venus-Saturn-Quadrat wieder eingeschränkt ist und nicht ganz so möglich ist. Zu diesem Saturn-Quadrat ist überhaupt noch zu sagen, so wie der Saturn steht, macht er gerade ein Quadrat zur Sonne, wo ich gesagt habe, Lebensenergie eingeschränkt, aber auch zum Mond. Und das ist auch so dieses, ja, ein bisschen so bedrückt sein, erschöpft sein, nicht so leicht, nicht so heiter sein. Und was da dazu kommt, auch noch bei diesem Mond, der Mond ist ja dein Gefühl, ist dein Fühlen. Du siehst, wir haben eine Mondkonjunktion Uranus. Und das ist natürlich etwas Unvorhersehbares. Plötzliche Veränderungen, Pannen können da passieren. Es können irgendwelche Aktionen Einzelner sein, die dich aus dem Gleichgewicht hauen. Einfach Unruhe, Stress im Alltag. Und sei auch einfach gewahr vor Gefühlsausbrüchen. Also wenn das Gefühl hochsteigt, filter das noch einmal, bevor du alles rauslässt. Der Mond ist also hypersensibel mit dem Uranus. Der ist ganz aufgekratzt. Und noch dazu dieser Druck, dieser Saturndruck, dieses Feststecken, was dann noch einmal mehr Frustration drauf macht mit diesem Quadrat, wo es einem oft auch schwerer dann fällt, sich noch einmal so zu beherrschen und da rauszukommen. Also da ist ein enormer persönlicher Druck drauf. Und wenn wir das jetzt noch einmal deuten zwischen mit Besitz, mit Wohlstand, mit dem, was ich habe. In der alten Astrologie ist ja auch der Krebs, also der Mond, das Zeichen Mond, war ja auch dein Hab und Gut, war ja auch dein Besitz in der klassischen Astrologie. Dann sieht man einfach, da ist Wandel da. Das besteht nicht. Wir haben astrologisch absolut kein Zeichen dafür, dass die Währung lange hält oder dass die Währung stabil bleibt, dass Besitz stabil bleibt. Da gibt es kein Anzeichen aus der momentanen astrologischen Sicht, aus meiner Warte her. Da muss es eine Veränderung geben. Das heißt nicht, dass das große Leiden kommt, aber eine Veränderung ist da unausweichlich. Das geht gar nicht anders. Und diese Mondfinsternis weist wieder auf diese Konstellationen hin. Die verstärkt das noch einmal. Und da kann es natürlich sein, dass dieser Zyklus, dieser Mondfinsterniszyklus, da auch neue Geschehnisse auslöst. Noch dazu im Quadrat, wenn wir Mond-Uranus-Konjunktion haben, hat der Saturn natürlich auch ein Quadrat zum Uranus. Und da sind wir wieder beim Zerbrechen einer Form. Das heißt, etwas zerbricht, etwas Altes, Gewohntes zerbricht und das Neue will heraus. Das will auch explosiv heraus. Das heißt, es können Veränderungen auch sehr plötzlich geschehen, sehr unerwartet geschehen. Und diese Energie haben wir jetzt dann die nächsten Monate mit dieser Mondfinsternis. Also da ist ein massiver Umbruch, eine massive Umwälzung ist da im Gange. Da, ja, das ist wirklich schon, ich würde sagen, in Stein gemeißelt, wenn man sich diese Konstellationen so ansieht. Wir haben auch noch ein Jupiter-Six-Deal-Pluto, das ja eigentlich auch so spirituelle Gedanken fördern möchte. Also geh in dich, geh in dein Inneres rein, lass diesen äußeren Stress und Druck bitte nicht zu nah an dich ran und bleib möglichst in deiner Mitte. Um noch zu diesem Cocktail einen letzten Planeten reinzubringen, wir haben ein Neptun-Quadrat Mars, der natürlich auch wieder müde macht, der die Durchsetzungskraft, die Pionier-Ideen, die neuen Ideen wieder dämpft und eher schwierig macht. Dass da ein neuer Blickwinkel reinkommen kann oder neue Aktionen kommen können. Das heißt, es ist normal, wenn dir jetzt die Puste ausgeht in dieser Zeit, dass du dir denkst, Mist, ich kriege da gar nichts weiter, ich bin zu müde, hab Geduld, das geht vorbei. Aber das ist jetzt auch so ein bisschen, ja, so diese Zeitqualität, dieser Zeitgeist. Du siehst also, in diesem Horoskop haben wir massive Anspannungen, wir haben massive Konflikte, die da deutlich werden und das ist ein Horoskop, das wieder auf Veränderung hinweist. Manche Zyklen werden sich ändern und neue Themen kommen dazu. Wir werden nicht zur Ruhe kommen, jetzt rein vom Astrologischen her. Was kannst du jetzt in diesen Zeiten tun? Das eine ist auf jeden Fall mal, halte nicht an Dingen fest. Hab immer das Bewusstsein, was ist wirklich notwendig in dieser Zeit. Das heißt, was brauche ich unumgänglich, was brauche ich nicht? Befreie dich von Dingen, die du nicht brauchst. Also prüfe, was ist wirklich notwendig oder was brauchst du nicht? Das würde ich dir auf jeden Fall mal empfehlen, da auch ein, vielleicht auszumisten oder da mal Ordnung reinzubringen. Wenn wir beim zweiten Punkt, beim Thema Ordnung sind, das ist auch in deinem Heim mit Uranus, wo da viel Bewegung ist, schaffe einfach gewisse Ordnung in deinem Heim. Versuche da anzufangen mit der Klarheit, wo es im Kleinstmöglichen geht, wo du im Kleinstmöglichen auch Kontrolle übernehmen kannst. Da gibt es diesen alten Trick, mach in der Früh einfach dein Bett, schüttel die Decken auf, mach dein Bett, dann ist etwas in Ordnung gebracht. Dann startest du den Tag damit, etwas zu strukturieren, in Ordnung zu bringen. Und gerade wenn die Struktur und die Ordnung fehlt im Außen, ist so ein erstes Symbol, so ein erstes Zeichen oft unglaublich hilfreich, dass du da deinen Tag ganz anders gestalten kannst. Der dritte Tipp ist, lass dich nicht zu sehr nerven, wenn dir Dinge zu nahe gehen. Nimm dich bitte raus, nimm dich zurück, sieh nicht alles als persönlichen Angriff. Es ist einfach eine geladene Zeit. Wenn du das Gefühl hast, du brauchst etwas, du brauchst einen Push, du brauchst eine Beratung, dann freue ich mich natürlich, wenn du dir bei mir einen Termin ausmachst. Da können wir sowohl astrologisch als auch energetisch durchputzen. Ansonsten hoffe ich, das Video hat dir geholfen. Es geht, wie gesagt, nicht darum, dass ich den Teufel an die Wand male oder da immer irgendwelche Untergangsszenarien mache, sondern ich möchte einfach darauf hinweisen, was meiner Meinung nach in der Luft liegt, von der Zeitqualität her, dass du dagegen steuern kannst. Es geht um dich und deine Eigenermächtigung und es geht nicht darum, dass du irgendwie zu einem Opfer oder zu einem Hampelmann wirst, nur weil du sagst, oh Gott, die Sterne stehen schlecht. Denn wir haben immer eine Möglichkeit, wir haben immer eine Wahl und wir können immer etwas ändern und immer in unserem Rahmen etwas zum Besten wenden. Umgib dich mit unterstützenden, inspirierenden Personen, hab eine gute Zeit und wir sehen uns demnächst wieder. Dein Oliver Erany aus dem wunderschönen Lenz. Bis nächstes Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017